Hallo zusammen, hier sind Daniel. Wir sind bei euch und wollen jetzt ein bisschen Sport mit euch machen. Los geht's, wir laufen mal auf der Stelle. Auf der Stelle laufen wir. Die Knie ganz nach oben. Genau so weit es geht, ganz nach oben. Und wer es schafft, ab, noch die Hände mit oben hin. Genau. Hups, wenn es durcheinander kommt, noch mal. Und weiter geht's. Jawohl. Und dann laufen wir tatsächlich mal schön einen großen Kreis. Einen großen Kreis. So groß wie natürlich das Zimmer. Ja, ja gut. Und rückwärts. Und große Schritte rückwärts. Große Schritte rückwärts. Große Schritte rückwärts. Achtung, wir gehen wieder um. Heute hoppsen. Wir machen einen Hoppserlauf. Hopps, hopps, hopps. Genau, wie ein Pferdchen. Will kann auch die Zügel in die Hand nehmen. Jetzt machen wir noch zwei Runden mit den Zügel. Und hohoho, Pferdchen stoppt. Dann nehmen wir die Hände. Gehen zum Boden. Und dann läuft der Bär am Kreis. Jawohl, genau. Und der Popo will ich nicht hoch. Aber die ganzen Füße sind auf dem Boden. Okay, weil die Füße auf dem Boden bleiben. Genau. Sehr gut. Und der Bär mal ein Stück mehr. Jetzt fangen wir mit den Füßen an, Julia. Füße gehen auseinander zusammen. Gehen wir uns. Guckst du zur anderen Seite. Ich guck zum Fenster. Und jetzt gehen wir nach vorne und hinten. Guck mal. Genau. Und dann kommen wir wieder gegenüber. Und dann sind die Hände dran. Die Füße hüpfen ganz normal. Die Hände. Jetzt kombinieren wir das mit den Füßen. Ja? Und los. Ein Kampelbein. Und dann machen wir das mit den Füßen. Und dann machen wir das mit den Füßen. 8, 9, 10. Dann drehen wir uns zum Fenster. Und dann machen die Hände vor und zurück. Die Füße vor und zurück. Und die Hände ganz normal. Und raus. Dann laufen wir eine Runde ganz gemütlich. Schön. Schön. Ah, Junge. Hier. Große Fein. So. Dann darf sich jeder mal seinen Helfer schnappen. So. Jetzt nehmen wir unseren Helfer und heben ihn vor uns fest. So. Jetzt guckst du meinem Papa zu. Machen deine Kniebeuge. Okay. Obo geht nach hinten. Füße sind hüftbreit, schulterbreit. Je nachdem wie du es schaffst. Genau. Arme sind gestreckt. Obo geht nach hinten. Oberkörper ist gerade. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. So, wir lassen dich hier stehen bleiben, dann legen wir uns ein Bärchen auf den Boden, stellen uns hinter den Bär oder den Hund, und jetzt gucken wir zu, springen wir und vorne wieder zu, zurück auf und zu, genau, genau, vor, weiter, gut, und los, wir stellen uns neben den Bär, jetzt hüpfen wir seitlich, ja, genau, guck's an, wenn der Teppich zu rutschig ist, dann kommst du hier einfach auf den Boden, nee, du darfst den Boden kommen, Julia, und dann hüpfen wir hier auf den Boden, genau, genau, die Füße hoch machen, genau, hoch machen, hoch, 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 jeder noch vier Mal, eins, zwei, drei, vier, dann darfst du deinen Boden nehmen, und ich hinstelle, dann darfst du den Hälfte hier einmal in Ruhe lassen, ja, so, nehmen wir den Hund, stell dich mal dahin, ja, jetzt werfen wir den Hund ein Stückchen hoch, klatschen, klatschen, klatschen einmal, fange den Hälfte, und los geht's, ein bisschen hoch, genau, super, und hoch, mal gucken, schaffst du zwei, musst du wieder klatschen, und hoch, und hoch, und hoch, und hoch, und hoch, der wird schneller, sehr gut gemacht, Julia, und jetzt machen wir den Vierfüßler, der Bär ist auf der einen Seite, die Hände sind hier, und jetzt mach du mein Gesicht zu mir, damit ich siehst du, ja, die Füße da, soll ich dir zeigen, genau, die Füße da, und der Hund ist hier, ja, jetzt machen wir eine schöne, große Bücke, nehmen den Teddybär, legen den auf die eine Seite, die Hand wieder runter, andere Seite zurück, genau, super, immer die Hand wechseln, Popo bleibt oben, Knie bleiben oben, noch zehn Stück, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, und zehn, die Knie langsam runter, setzen uns auf die Fersen, und dann können wir unsere Teddy mal neben uns setzen, Julia setzt sich so rum hin, ich setze mich so rum hin, ich setze dich da hin, dann siehst du mich, jetzt machen wir uns erstmal ganz lang, die Füße sind gestreckt, und jetzt halten wir mal, ganz nach oben strecken, ich versuche dich jetzt gerade zu machen, und dann zählen wir zusammen auf zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, und jetzt machen wir da oben ein bisschen Hackepeter, Hackepeter, und hauen alles klein auf mit der Luft, zerschneiden die Luft, ganz kleine Stücke, ganz kleine Stücke, zehn, streck die Arme, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, noch mal ganz schnell, zwei, eins, und die Hände dürfen runter, und wir ziehen die Füße ran, und machen uns kurz mal ganz rund, und ganz rund, und jetzt schafft, dann probieren, die Füße vom Boden zu lösen, dass wir mal nur auf dem Boden sitzen, aber ohne umzufallen, super, klappt ja gut, dann die Füße wieder runter, wir strecken die Füße, nehmen die Hände neben den Körper, am besten hier neben den Po, und jetzt drücken wir mal ganz fest in den Boden rein, und was passiert dann, Julie? Der Popo geht hoch, der Popo geht hoch, und wir sind ganz gerade oben, Julie, trotzdem versuchen ganz gerade zu sein, der Popo tritt hoch, und wir zählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, machen wir auch schön, jetzt dürfen wir unsere Arme hinten ein bisschen abstützen, unseren Körper, jetzt probieren wir mal, was mit unseren Füßen tun, tun wir unsere Knie zu unserer Brust ziehen, zu deinem Kistzeichen, ich zu meinem Vogel hier, dann ziehen die ran, strecken die bitte, ziehen die ran, strecken die, und versuchen die gar nicht abzulegen, mal gucken, ob ihr das schon jeweils schafft, ja, gut, probieren, eins, zwei, drei, oben gerade bei vier, fünf, sechs, sieben, da sind wir gar nicht Profis, acht, neun, und der letzte, Julie, acht, zehn, oh, ist das anstrengend, Julie, klären wir uns erst mal, genau, darfst du es geseitig zu machen, exo, gut, so, jetzt wird mir erst mal, fünfzehn Sekunden Pause machen, dein Schläfchen zwischen Julie, und klären wir den Schläfchen vorbei, machen wir vier Füßler, entschuldige, nehmen wir, und jetzt machen wir einen Katzenbuckel, und dann lassen wir den Katzenbuckel durchhängen, richtig durchhängen, der Bauchnabel geht richtig zum Boden, und wieder den Katzenbuckel, langsam, 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 langsam wieder durchhängen lassen, langsam nach oben, langsam durchhängen lassen, langsam nach unten, langsam nach unten, und wieder einen Katzenbuckel, langsam nach unten, und wieder einen Katzenbuckel, Der dritte ist es, oder? Langsam nach unten und wieder einen Katzenmuck. Langsam nach unten und dann lässt du die Katzenmuck. Sehr gut. Und dann legen wir uns auf den Rücken schon. Tun wir den Kopf nach da, ich nach da, sodass wir uns sehen. Sehr gut. Die Füße sind aufgestellt. Und jetzt legen wir unsere Hände auf unsere Oberschenkel. Jetzt fahren wir mal hier auf der Straße mit unseren Händen nach oben zum Knie. Und unser Oberkörper hebt sich ab. So, nur bis hier. Und wieder zurück. Und nach oben. Und wieder zurück. Nach oben. Und wieder zurück. Nach oben. Und wieder zurück. Nach fünf. Eins. Zwei. Komm hoch. Und nochmal nach oben. Drei. Vier. Und füllen. Jetzt stehen wir auf, Julia. Schütteln unsere Arme aus. Unsere Beine ausschütteln. Richtig tolle ausschütteln. Ja? Unsere Arme kurz kreisen. Vorwärts. Rückwärts. Und dann sagen die Julia und der Daniel Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bleibt gesund. Wir sind bei euch.